Ein Lager zu leben, das ist einfach Kacke. Du bist sozusagen in einem offenen Knast. Kein Mensch ist illegal. Wir hatten ein Arbeitsverbot. Manchmal kommen mir echt Tränen in den Augen. Das tut mir weh. Flüchtlinge sind nicht dumm. Das Problem ist nicht von Flüchtlingen. Die Menschen verändern sich. Kultur kann sich auch verändern. Kultur kann sich auch verändern.